amon zog mit seiner ziegenherde zur tagesweite außerhalb der stadt vor wenigen tagen hatte er seinen fünfzehnten geburtstag begangen und hütete schon ein paar jahre die ziegen seines vaters während der fruchtbaren wochen des jahres nachdem das nilhochwasser abgelaufen und das land mit satten wiesen überzogen war hatte amon seine herde zu bestimmten weiden außerhalb von alexandria zu treiben die erste zeit hatte er immer denselben weg zu den saftigsten weiden rund um das nildelta genommen aber das wurde ihm im laufe der zeit zu öde daher wählte er immer wieder unterschiedliche wege zu den wiesen auf den sanften hügeln die sich um alexandria herum befanden auf diese weise lernte er so ganz nebenbei die vororte der stadt kennen und ebenso die vielen geschäfte die seine wege säumten vorbei ging es an den teppichhändlern die mit kunden über die schönheit ihrer muster fachsimpelten und um den bestmöglichen preis auch die stoffhändler waren umgeben von den buntesten tüchern die in ballen lagerten und meist großflächig ausgebreitet lagen um den schönsten frauen zu zeigen wie gut sie ihnen mit ihren kleidern zu gesichte stehen er liebte das duftende obst und das gemüse das auf den karren der armen obst und gemüsehändler aufgestapelt lag er wusste dass ihre oft geringen erträge aus der in der trockenzeit unwirklichen felder zu markte trugen und auf käufer hofften und wusste dass er so niemals leben möchte wenn der nahegelegene nil in der trockenzeit niedrigwasser hatte kam auch nur wenig wasser an den feldern an und die ernte fiel gering oder sogar ganz aus und konnten ihre familien nicht mehr ernähren dann mussten viele bauern hungern und das bisschen das sie ernteten mussten sie verkaufen um andere lebenswichtige dinge davon zu bezahlen amons vater war ziegenbauer und besaß einen eigenen kleinen hof den er nur mit harter arbeit bewirtschaften konnte schon früh mussten amon und seine geschwister ihren teil zum unterhalt beitragen eine schule zu besuchen war für ihren stand nicht vorgesehen sehr zum bedauern von amon der gerne lesen und schreiben gelernt hätte ihre aufgabe bestand vielmehr darin die ziegen des vaters auf die weiden nahe der stadt zu treiben und tagsüber auf sie aufzupassen jeden tag trieben sie jeweils rund 25 tiere vom hof der eltern zu den nahen weiden und abends wieder zurück es war die zeit als die römer als besatzungsmacht das land besetzt hielten und so konnten sie die herde nie unbeaufsichtigt lassen sollte sie nicht gestohlen werden die römischen belagerer nahmen sich einfach die besten und fettesten tiere nannten es tribut und niemand konnte sich ihnen widersetzen zu mächtig waren sie wurden sie erwischt drohten ihnen jedoch harte strafen ihrer vorgesetzten gleichwohl musste sein vater auch seinen teil an die römer abgeben und einen anderen teil an den steuereintreiber des pharao gerade jetzt wo der römische feldherr pompeius ermordet worden war herrschte unsicherheit bei den soldaten manche der nunmehr führungslos gewordenen römischen legionäre zogen auf nahrungssuche und beutefang durch das land viele wussten nicht was nun aus ihnen werden sollte und auch deren vorgesetzte konnten keine fragen beantworten gerüchte zogen durch die stadt wonach die römer feindliche streitkräfte vom mittelmeer aus erwarteten und sich in stellung brachten diese gerüchte störten amon aber nicht denn er fühlte sich zu unwichtig um aufmerksamkeit bei den besatzern zu erregen gestern wie heute und wie morgen würde er seinen weg durch die stadt nehmen immer darauf achtend keinem anderen in das gesicht zu sehen wer in das gesicht eines anderen menschen sieht erzeugt aufmerksamkeit und so könnte er schnell zum falschen zeitpunkt am falschen ort sein je weiter er außerhalb der stadt war umso wohler fühlte er sich obwohl es ihm manchmal durchaus zu einsam war dann tröstete er sich mit immer denselben gedanken die ihn seit jahren begleiteten er träumte während der eher langweiligen zeit des hütens der ziegen von einer eigenen herde allerdings wollte er keine ziegen züchten sondern esel und die den karawanen verkaufen die ständig von alexandria aus ins landesinnere zogen esel und kamele waren die meist genutzten transportmittel seiner zeit und fanden immer abnehmer während er sich allerdings vorstellen konnte esel zu züchten waren ihm kamele dann doch zu groß und zu mächtig und er verschwendete meist keine gedanken mehr daran mit diesen tieren geld zu verdienen sah er dann wieder mal eine karawane mit staubigen wolken in der ferne an seiner weide vorbeiziehen fragte er sich manchmal doch was ihn wohl davon abhielte doch lieber diese genügsamen tiere zu züchten und zu verkaufen wenn ihm das eine gelang warum dann nicht auch das andere seit menschengedenken zogen karamell karawanen auf ihren handelsrouten über die wichtigsten wie auch gefährlichsten pfade durch die große sandwüst nach südägypten und weiter richtung tafur und korfuan den westlichen ausläufern der bayuda wüste sie waren beladen mit kostbarkeiten wie elfenbein salz und anderen gewürzen teppichen werkzeugen straußenfedern und edlen stoffen aber auch gold edelsteine und sklaven nahmen diesen weg und zogen immer wieder diebesbanden an die nicht sonderlich zimperlich mit ihren opfern umgehen um es vorsichtig auszudrücken auch und gerade deshalb schlossen sich große karawanen zusammen um sich gegenseitig schutz vor den säbeln der sich nähernden reiterbanden zu geben die uralten handelsrouten waren vor allem den beduinenstämmen bekannt und manchmal konnte amon sie von ihren reisen berichten hören einmal hat sich der alte beduine nuri zu ihm gesetzt und ihn gefragt warum er immer nur ziegen hüten würde er könnte doch auch karawanenführer werden wenn er möchte amon hielt es für geschwätz denn nur derjenige konnte karawanenführer werden der einer der beduinenfamilien angehört das war für jemanden der aus einer ziegenbauernfamilie stammte gedanklich so undenkbar wie ein in der wüste im regen schwimmender skorpion außerdem würde er keinen der erfahrenen karawanenführer kennen denen er sich anschließen könnte und außerdem was würde seine familie dazu sagen schließlich war er der älteste sohnes und es war seine pflicht den hof des vaters zu übernehmen wenn dieser alt und gebrechlich war so war es vorgesehen außerdem müsste er dazu lesen und schreiben lernen denn er müsste ja auch stets wissen wie viele tiere er mit sich führt und alle verkäufe niederschreiben bei einer ziegenherde von 25 tieren war es nicht schwer aber 200 kamele beaufsichtigen dagegen schon eine echte herausforderung dann müsste er wissen welche wege durch die wüste zu den oasen führen zur oase siwa oder oase fahium zur oase baharia oder oase farafra die er nur von erzählungen kannte es würde viel zu bedenken geben wollte er wirklich eines tages mit seiner eigenen karawane durch die wüste ziehen damit war für ihn klar daß er lieber klein anfangen und seine kleine eselherde aufbauen würde es war die zeit der großen nilüberschwemmung die in jedem jahr von juli bis ende september andauerte langsam senkte sich der wasserspiegel des flusses der träge in das nil delta um alexandria herum ins mittelmeer fluss schon bald würden sich die kostbaren sedimente auf dem boden abgelegt haben um fruchtbaren ackerboden preiszugeben darauf würde dann wieder emmer und gerste angebaut und im folgenden april und mai geerntet dann würde amon wieder beobachten können wie die rinder kreisförmig über das erntegut getrieben würden bis das korn gedroschen war im augenblick waren die wiesen auf den sanften landerhebungen oberhalb der stadt grün und saftig so daß es für seine ziegen immer genug zu fressen gab im osten erhob sich der riesige leuchtturm von alexandria der auf einer kleinen insel mit dem namen pharos gebaut worden und durch einen befahrbaren damm mit dem festland verbunden war der leuchtturm war so riesig und ragte so hoch in den himmel daß amon es sich nicht vorstellen konnte daß es noch etwas höheres gebe und tatsächlich war der leuchtturm von alexandria das höchste gebäude seiner art das jemals von menschen gebaut werden sollte tag und nacht spendete der turm licht um den segelschiffen orientierung zu geben selbst tagsüber wurde das sonnenlicht von spiegeln so umgelenkt dass es bis zum horizont zu scheinen schien als amon einmal direkt am leuchtturm gegangen war musste er 30 ganz lange schritte machen um nur eine seite zu begehen die doppelte strecke war der leuchtturm allein im ersten fundament hoch was für seine verhältnisse schon riesig erschien aber dann folgte noch ein weiteres diesmal achteckiges element das so erzählte man an das oktogon orakel des wüstengottes sed erinnern sollte die männer aus der karawane erzählten davon und daß es sich in der oase dachla befinden würde und unzählige menschen dorthin pilgern gerne hätte amon das orakel auch einmal befragt daß man das oktogon nannt gerne hätte er gewußt wie seine zukunft aussieht die doch so festgelegt erschien nach dem achteckigen aufsatz gab es noch einen weiteren runden bau mit einem durchmesser von bestimmt acht großen schritten diesen konnte amon nur sehen wenn er sich etwas weg vom fundament entfernte sonst hätte er nur den oberen teil des turmes sehen können der wiederum doppelt so hoch wie er breit war den ganzen bau überragte eine metallene statue die wie man sagte aus dem metall bronze gegossen war sie zeigte wohl einen griechischen gott denn amon erkannte keiner seiner ägyptischen götter darin dieser riesige leuchtturm wies auch ihm auf seinen zügen den weg und er fand immer wieder sicher zurück nach hause immer wieder fragte er sich wie weit man wohl sehen könne wenn man ganz oben auf dem leuchtturm steht vielleicht konnte er bis ins dunkle reich des toten gottes osiris blicken in das der sonnengott re als herr des himmels jede nacht eintauchte und mit seiner sonnenbarke durch die unterwelt fuhr um morgens im osten wieder aufzutauchen schon bald würden wieder die großen osiris feste am ende der überschwemmungszeit gefeiert um osiris dafür zu bitten die saat von neuem aufgehen zu lassen dazu wurden korn mumien in form der osiris geschaffen mit nilschlamm gefüllt in den saatkörner beigemengt wurden keimte die saat auf war das gleichzusetzen mit der auferstehung osiris aus dem totenreich es gab zwei geschichten um den tod von osiris der ursprünglich als mensch ein könig gewesen sein soll und der die menschen kultivierte und gottesfürchtig machte als dieser dann einst im nil ertrank machten ihn seine untertanen zum schutz und fruchtbarkeitsgott des nils der ja mit seinen jährlichen überflutungen für fruchtbarkeit und ernteerträge sorgte und dem wiederum tod in form von dürre folgte durch sein sterben sorgte osiris dafür daß die erde alles lebensnotwendige hervorbringen würde und diente als symbol für den kreislauf der natur erblühen verwelken absterben und wiedererblühen und so wurde osiris der beliebte totengott der den tod überwunden hatte und zum ziel eines jeden lebenden wurde es ihm gleich zu tun und den tod zu überwinden eine andere legende berichtete davon dass ihn sein eigener bruder seth ermordet und in stücke geschnitten haben soll in der folge entbrannte ein gewalttätiger kampf zwischen seth und horus dem sohn von osiris und einstiger weggefährte seth um den thron ägyptens seth unterlag und wurde in die wüste verbannt wo er fortan als schutzgott der oasen und der wüste verehrt wurde amon brach mit seinen ziegen früh auf es war einer der immerwährenden sonnigen tage die er so selbstverständlich nahm und sich nur in der menge des wassers unterschieden die er in ziegenledersäcken bei sich trug während des tages hatte er oft keine gelegenheit etwas trinkbares zu finden so daß er sich lieber immer etwas mitnahm während der fruchtbaren zeit konnte er sich die saftigen früchte von sträuchern und bäumen holen aber zu anderen zeiten wurde es schon schwieriger seine ziegen waren da schon genügsamer was in ihm aber noch lange nicht den wunsch aufkeimen ließ eine ziege werden zu wollen dennoch beneidete er die tiere manchmal um ihre unbedarftheit ihre genügsamkeit und ihre anpassung an die umwelt die nicht immer lebensfreundlich war besonders in der heißen jahreszeit als er den hof verließ und die herde vor sich her trieb wusste er noch nicht welchen weg er heute nehmen wollte die erste strecke war ja immer gleich irgendwann gab es weggabelungen an denen er sich für eine richtung entscheiden musste heute war ihm nicht danach dem emsigen treiben in der stadt zuzusehen so dass er sich für einen weg entschied der parallel zur küste verlief von einigen höher gelegenen stellen des sonst eher ebenen geländes konnte er das meer sehen es war das mittelmeer von dem aus immer wieder schiffe aus allen ländern nach alexandria kamen und ihre ladung entbluten um sich dann mit neuer ladung auf den weg zu machen vom leuchtturm von pharos aus brauchten die schiffe noch fast einen ganzen tag bis sie die hafenanlagen von alexandria erreichten manche schiffe landeten auch schon in pharos selbst um ihre ladung auf esels karren zu entladen die dann auf dem landweg in die stadt gebracht wurden immer wenn er dieses treiben beobachtete würde er lieber die ware transportieren als tag ein tag aus genügsame ziegen zu hüten amon versprach sich dann noch mehr abwechslung wenn er mit seeleuten sprechen und sie nach ihrer herkunft befragen konnte aber immer wieder kam ihn dann die frage was seine familie wohl dazu sagen würde sein vater wäre wohl eher nicht davon zu begeistern noch würde er seine einwilligung geben wenn er etwas anderes machen würde als ziegen zu hüten aber es nagte in ihm sein wunsch nach änderung seines lebens und er wurde immer größer und dringender wann immer er bei seiner ziegenherde war stellte er sich vor wie er auf dem marktpalaz von alexandria neben seinen esel stand um sie zum verkauf anzubieten ein anderes mal stellte er sich vor wie er mit unzähligen eseln die von sklaven getrieben wurden die ladung von schiffen aufnahm und sie zu den lagerhäusern in die stadt brachte dort wurden die karren wieder entladen und sie zogen wieder zu den piers nach pharos manchmal war es ihm aber auch lieber inmitten vieler menschen mit händlern um den preis eines esels zu feilschen den ägyptern war feilschen in die wiege gelegt und jeder der den zuerst geforderten preis bezahlt wurde ausgelacht am meisten wurden fremde über die löffel barbiert weil sie für eine ware den preis ihres eigenen landes zugrunde legten ohne zu wissen dass es auch viel preiswerter gehen könnte hatte der händler einen preis ausgerufen gab es zwei möglichkeiten entweder man akzeptierte dann war man ein fremder oder man rollte mit den augen und sagte daß dieser preis viel zu hoch sei und machte seinen eigenen freundlich vorgetragenen preisvorschlag dieser belief sich oftmals so niedrig daß wiederum der händler mit den augen rollte gespielt wütend und ärgerlich mokierte er sich über den unverschämten preis des gegenangebotes das bis zu einem fünftel des zuerst ausgerufenen preises liegen konnte auch jetzt hatte der interessent zwei optionen entweder er fragte wiederum höflich nach einem wirklich angemessenen preis oder er drehte sich um und ging in der hoffnung weg der händler würde ihm hinter ihm herlaufen und ihn bitten doch noch zu bleiben so zogen sich die verhandlungen in die länge und feilschen wurde ein teil der kultur die wirklich spaß und freude machen konnte ein wirklich gutes geschäft machten die beiden parteien nur wenn nicht jeder absolut zufrieden war der eine hatte dann nicht den gesamten preis realisieren können während der andere etwas mehr bezahlt hat als er ursprünglich wollte so hielten sich vor und nachteile die waage und der frieden auf dem marktplatz blieb gewahrt um hitzköpfen keine gelegenheit zu geben sich gegenseitig anzufallen waren waffen auf den märkten verboten von den wachen einmal abgesehen amon hatte schon einen guten teil des weges zurückgelegt und musste seine ziegen immer wieder mit dem stock treiben damit sie nicht an jedem grashalm stehen bleiben würden als plötzlich ein lautes geräusch die stille zerstörte und das amon noch in der ferne hören konnte es kam vom hafen genauer gesagt vom leuchtturm von faros ganz oben auf der obersten steinernen plattform sah er einen mann der eine fanfare am mund hielt und kräftig hineinbließ einmal zweimal dreimal siebenmal zählte amon mit seinen begrenzten möglichkeiten siebenmal hörte er einen fanfarenstoß und es folgte ein achter der wesentlich länger dauerte als die ersten sieben dieses zeichen sieben kurze und ein langer ton waren in faros ein alarmzeichen irgendetwas stimmte dann nicht vielmehr kam etwas unheilvolles auf die menschen zu und die leute sahen dorthin wo das zeichen gegeben wurde das taten auch diejenigen die sich in der umgebung des leuchtturms befanden und der fanfarist zeigte mit dem arm zum meer hinaus amon blickte ebenfalls zum meer und sah ganz hinten in der ferne noch fast hinter dem horizont eine armada von römischen galären die auf alexandria zufuhren es waren keine handelsschiffe es waren kriegsschiffe und es waren viele es waren hunderte und zogen sich über den gesamten horizont in wilder eile drehte sich amon um und trieb seine ziegen zurück nach hause ein